Musik Herzlich willkommen zur katholischen Presseschau. Die Iren haben in einer Volksabstimmung das geltende Abtreibungsverbot gekippt. Eine christliche Initiative aus Wien warnt, Christen in Europa werden wegen ihrer Glaubensüberzeugung zunehmend diskriminiert. Und der Leiter des Gebetshauses Augsburg, Johannes Hartl, findet, die Predigt bei der Trauung von Prinz Harry und Herzogin Meghan Markle war zwar überaus berührend, aber theologisch wirklich solide war sie nicht. Diese Themen stehen im Mittelpunkt der heutigen katholischen Presseschau. Mein heutiger Studiogast und Kommentator ist aus Nordrhein-Westfalen angereist. Es ist der freie Journalist und Blogger Peter Winnemöller. Herzlich willkommen, Herr Winnemöller. Herzlichen Dank. Ich komme gern zu Ihnen. Es ist bereits der zweite moralische Dammbruch im katholisch geprägten Irland innerhalb weniger Jahre. 2015 führte Irland per Volksentscheid die sogenannte Homo-Ehe ein. Ende Mai votierte die irische Bevölkerung nun mit einer knappen Zweidrittelmehrheit für die Streichung eines Verfassungszusatzes. Diese Bestimmung betrachtet das Lebensrecht ungeborener Kinder als prinzipiell gleichrangig mit dem Lebensrecht ihrer Mutter. Mit der Abschaffung dieser Bestimmung gelten Abtreibungen innerhalb der ersten zwölf Schwangerschaftswochen nun als legal. Der Wegfall des Abtreibungsverbots in Irland wurde von den allermeisten Medien in Deutschland begrüßt. Die veröffentlichten Bilder verstärkten den Eindruck, dass der Tag des Referendums ein großer Tag für Irland war. In den Zeitungen wurden Fotos abgedruckt, die jubelnde Frauen und Männer in ausgelassener Partylaune zeigten. Zum Beispiel auf der Titelseite der Frankfurter Allgemeinen Zeitung am 28. Mai. Die Bildunterschrift unter dem Foto, das die Süddeutsche Zeitung am 28. Mai veröffentlichte, lautete »Spontane Straßenpartys und Ausnahmezustand in Dublin. Frauen feiern das Ergebnis des Referendums zum Abtreibungsrecht.« Herr Winne-Möller, viele Frauen in Irland haben die Aufhebung des Abtreibungsverbots gefeiert. Sie fühlen sich offensichtlich erleichtert. Wie haben Sie die Nachricht aufgenommen? Also, Herr Blumenberg, ich habe die Nachricht so aufgenommen, wie es in etwa auch der Primas der katholischen Kirche in Irland aufgenommen hat, der gesagt hat, ja, nun haben die Frauen das Recht auf Leben gegen ein Recht auf Selbstbestimmung eingetauscht. Und das ist, das muss man eben dazu sagen, eine Illusion, diese vermeintliche Selbstbestimmung. Denn das weiß man, jede Abtreibung hat zwei Opfer. Das eine ist das Kind, das andere ist die Mutter. Also, was mich noch mehr fast schockiert hat als das Ergebnis des Referendums selbst, war die Reaktion der Menschen in Irland. Die haben das gefeiert, das war volksfestartige Stimmung. Und man muss sich bewusst machen, was da gefeiert worden ist. Da ist gefeiert worden, wir dürfen demnächst ungeborene Kinder töten. Und welche Reaktionen hat das Referendum in den katholischen Blogs ausgelöst? Also, da war zunächst mal der katholische Blogger Felix Honekamp, der den Blog Papsttreuer-Blog betreibt. Er hat, ähnlich wie das Josef Bordert auch in seinem Leitartikel geschrieben hat, da ging es einmal um die Anschlussfähigkeit der Argumentation. Bei Felix Honekamp ging es um praktische Hilfen. Das gehört für mich zusammen. Es muss im Grunde ja so sein, dass man irgendwann mal sagt, also Leute, wenn ein Mädchen schwanger ist und Probleme hat, ja, dann geht zu Christen, da wird euch geholfen. Felix Honekamp führt gute Beispiele an. Das andere ist, dass dem Blogger-Kollegen Felix genau das übel aufgestoßen ist, was auch mir übel aufgestoßen ist, Die, diese euphorische Berichterstattung in den Medien, hurra, als wenn da also ein großer Durchbruch an Freiheit gelungen wäre, das kam sehr übel. Mit der ihm üblichen Spitzenfeder, kommentierte Josef Bordert in seinem neuen Weblog, dass eigentlich Schulbuchwissen ausreicht, um zu wissen, dass mit der Verschmelzung von Ei- und Samenzelle ein Mensch entsteht. Und nicht eine Wucherung, nicht ein Zellklumpen, nicht einfach nur ein Embryo, sondern ein Mensch. Von einer Frage von Leben oder Tod zu einer Frage von Gleichbehandlung oder Diskriminierung. Die Beobachtungsstelle für Intoleranz und Diskriminierung gegen Christen in Europa mit Sitz in Wien ist in Sorge. Seit 2006 sammelt das Dokumentationsarchiv Berichte, die vor allem eines belegen, Christen in Europa werden wegen ihrer Glaubensüberzeugung zunehmend diskriminiert. Die katholische Wochenzeitung, die Tagespost, berichtete über die Beobachtungen dieses Zentrums auf einer Doppelseite am 24. Mai. Hier ein Auszug. In Frankreich hat man im vergangenen Jahr ein Gesetz verabschiedet, dass Betreiber von Internetseiten die Texte veröffentlichen, die Frauen von einer Abtreibung abhalten könnten, mit Strafen bis zu 30.000 Euro bedroht. Ein anderes Beispiel ist die Verurteilung eines Bäckers in Nordirland. Der Christ weigerte sich aus Gewissensgründen, eine Hochzeitstorte von Homosexuellen mit folgendem Schriftzug zu dekorieren. Unterstützt die Ehe für Homosexuelle. Herr Winnemüller, die Beobachtungsstelle in Wien registriert nun seit Jahren eine Zurückdrängung des Christentums in Europa. Was sind Ihre Beobachtungen zu diesem Thema oder was haben Sie von anderen gehört in Sachen Diskriminierung von Christen? Also, ich sage es mal so, in der westfälischen Provinz, wo ich lebe, da scheint auf den ersten Blick noch alles in Ordnung zu sein. Das täuscht aber, wenn man zum Beispiel bedenkt, dass freikirchliche Eltern im Benachbarn...